Die Renten sind unmenschlich. Das öffentliche Eigentum wird vor einem Apfel und Ei verkauft. Der sogenannte Rettungspaket soll Griechenland von der Pleite retten. In Wirklichkeit geht das Geld direkt zu den Gläubigen zurück. Die Bevölkerung bekommt nichts. Wir sind auf der Straße. Keine sogenannte Rettung, die Griechenland zur Deflation führt. Wir kämpfen für eine solidarische Europa.